Es ist nicht so einfach, aber irgendwie muss es ja raus. Wir haben jetzt am 12.10. sechs Jahre Kunstgeschwister vor uns, ja sechs Jahre quasi, die wir mit einer schönen Gruppe erleben durften und haben öfters schon darüber nachgedacht, was zu ändern. Es kam natürlich für uns jetzt, aber für mich besonders jetzt nicht überraschend, da ich die Entscheidung mit gefällt habe und ja, es ist natürlich nicht schön. Ich meine, wir arbeiten seit sechs Jahren an unserem Traum, haben ihn verwirklicht und waren bei der Geburt dabei. Das Baby fing an zu laufen, jetzt quasi kurz vor dem Sechsjährigen nochmal umzureißen, in eine andere Richtung zu gehen, irgendwo loszulassen. Irgendwas, neue Wege, Veränderung, ich kapier's nicht. Sechs Jahre, sechs Jahre erfolgreicher Weg und jetzt auf einmal was ganz Neues. Neue Wege. Aber es ist so einfach gesagt, es wird Zeit für was Neues. Ich kann mir exakt noch gar nicht vorstellen, wie es sein wird. Ich habe mir gerade nochmal die ersten Videos angeschaut, aber jetzt nach fast schon sechs Jahren weiß es wahrscheinlich auch. Ich meine, fünf Jahre. Das Sechste ist da. Es steht nicht vor der Tür, es ist da. Es steht nicht vor der Tür, es ist da. Und jetzt heißt es auf einmal, man muss auch mal, man muss auch mal loslassen können. Bei uns meinten, es ist vorbei. Ja. Wir hören damit auf. Wir gehen andere Wege. Wir gehen neue Wege. Wir wollen das auch nicht mehr. Ja, ich bin auch gerade ziemlich überrumpelt worden mit der Nachricht. Und weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie ist halt echt eine komische Situation gerade. Ich dachte eigentlich, so wie es jetzt läuft, wäre es eigentlich ziemlich optimal. Und alle wären ganz cool damit. Aber irgendwie vorbei sein soll. Nach sechs Jahren. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, wir haben alle daran gearbeitet, an dem Projekt irgendwie jahrelang gemeinsam die Dinge gestemmt und versucht uns immer wieder neu zu erfinden. Und jetzt soll das einfach, einfach vorbei sein. Und ja, jetzt ist es an der Zeit, um neue Wege zu gehen. Und ja, ich kann noch nicht zu viel sagen. Aber es wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Und ja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall fällt es uns eigentlich leicht. Ich glaube, die Info wird, oder hat nicht nur bei uns intern Wellen geschlagen. Und ja, ich würde sagen, es wird wirklich schlagen. Und ja, ich würde sagen, es wird wirklich schlagen. Ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall geht es uns nicht ab. Keineiße, da sind alle zwei Fragen. amerika. Weil ich àine immer wieder etwa wenn ist die Spurs und den Augen auf speech...